Hey Leute, was ist denn da wohl und willkommen wieder zu einer neuen Folge von FIFA 18 MOBA? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, du hast dir heute ein wenig Zeit mitgebracht, weil wir werden heute richtig, richtig viele Spieler bekommen. Ich habe ein bisschen privat weitergezockt, ich habe meine Highscore-Punkte ein bisschen nach oben gepusht. Wahrscheinlich haben die meisten von euch eh schon mehr Highscore-Punkte als ich. Ich habe jetzt 220 Stück und damit, Leute, kann ich mir jetzt hier 10 zufällige Retro-Punkte holen und mit diesen Retro-Punkten habe ich ja mindestens 20 Spieler, weil in jedem Retro-Punkt-Pack, sage ich mal, habe ich zwei Spieler drin, kriege ich noch einen Retro-Star-Spieler, habe ich sogar drei Spieler in einem Pack drin. Das wäre auch krass, Leute. Heute 10 Retro-Spieler in jedem Retro-Punkt-Pack einen Retro-Spieler. Das wäre krass, Leute. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Däumchen nach oben da, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil morgen werde ich zu, ich sage mal, zu 75% ein Video hochladen um 17 Uhr. Ja, wie soll ich sagen, FIFA 19 Mobile werde ich da ansprechen, Leute. Also unbedingt morgen um 17 Uhr einschalten. Und heute um 17 Uhr gab es ja auch Ich bewerte eure Teams. Also wenn ihr ein paar Teams bewertet haben wollt, checkt einfach um 17 Uhr die Folge aus. Da gab es nämlich da Ich bewerte eure Teams, ganz klar. Wir holen uns erstmal ganz kurz die 1000 Skill-Boost-Karten ab. Vielleicht bringen uns die ja sogar nach vorne. Vielleicht können wir damit einen Spieler verbessern oder so. Schauen wir mal. Elite-Rang-Aufstiegspunkte kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Ich werde erstmal meine ganze Aufstellung so nach oben pushen, bis ich halt, bis ich dann halt die Rangpunkte da einsetzen muss. Für Courtois hatte ich es ja schon mal probiert, weil ich einfach wissen wollte, wie viele Münzen gebe ich da ungefähr aus. Und, ähm, wie läuft das Ganze so allgemein ab? Der nächste Skill-Boost wäre Ruhr. Ruhr, da fehlen mir noch 41 für ein 112er Kimmich. Und dann auch noch Konter und Konter ist Roberto Carlos. Dann hat er 108. Und bei Roberto Carlos sind wir ja eh aktuell dran, den zu verbessern. Ganz klare Sache. Leute, morgen werde ich auch nochmal die Fragen, die typischen FIFA 19 Mobile Fragen beantworten. Was wird übernommen? Blablibli, blub. Also morgen 17 Uhr einschalten, Leute. Let's go. Ich hole mir jetzt die 10 zufälligen Retro-Punkte ab. Und ich hoffe, dass wir da was Gutes dabei haben, Leute. Denn ein Retro-Star-Spieler wäre nochmal geil, so zum Ende von FIFA 18 Mobile. Man kann ja sagen, wir sind am Ende. Die Frage ist bloß, kommt FIFA 19 Mobile Anfang Oktober oder Anfang November, wie es letztes Jahr war? Genau, so, wir gucken, mal gucken, mal gucken, was für Pünktchen, was für Pünktchen wir bekommen. Also Retro-Kälte. Ich hoffe, es ist auf jeden Fall Team of the Season, Team of the Year dabei. Das wäre geil. Ein Retro-Team of the Year Punkt haben wir schon mal. Karneval, Karneval haben wir zwei Punkte. Ende einer Ära ein Punkt. La Liga-Rivalen ein Punkt und Mond ein Punkt. Nicht einen Tots-Punkt. Okay, das ist ein bisschen belastend. Aber egal, Leute. Trotzdem habe ich ja 20 Spieler und ich hoffe, dass ich da sogar den ein oder anderen Retro-Star-Spieler bekomme. Let's go. So, wir starten mit Versus-Angriff. Da haben wir jetzt drei davon. Und mal schauen, ob wir da gleich im ersten Pack Glück haben und einen Retro-Star-Spieler raushauen. Haben wir nicht. Jakub Lajikowski, 87. Aber wir haben dann wieder viele Spieler, die wir für SBCs einsetzen können. Icon-SBCs. Leute, soll ich in den nächsten Tagen mal die nächste Icon abholen? Wenn ja, schreibt mir mal unten die Kommentare, welche Icon ich mir abholen könnte. Schreibt es mal rein, Leute. Weil ich habe so viele Spieler jetzt im Verein, auch durch dieses Pack-Opening heute, die ich einfach dann einsetzen kann für Icon-SBCs. Ganz klare Sache. Also, Leute. Das erste Pack. Jedes Pack lohnt sich, sage ich mal so. Aber wenn man einen Retro-Star-Spieler drin hat, ist es noch geiler. Ist einfach so, Leute. Ist einfach so. Hashtag ist so. Let's go. Ja, einen zweiten hatten wir auch. Haben wir leider auch nichts drin. Embremoor 86 und einen Calabria 87, den ich jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal gezogen habe, Leute. Und gestern, muss ich ja sagen, also gestern hatte ich, glaube ich, in der 20-Uhr-Folge einen Meisterspieler gezogen. Aber gestern war ich auch nicht in der Folge da, sondern Traktor-Trader war da, Leute. Also, wer die gestrige 20-Uhr-Folge verpasst haben sollte, gönnt sie euch auf jeden Fall nochmal. So. So, Lele. Jawohl. Retro-Star-Spieler. Der erste ist am Start. Boom. Boom. Sehr geil. Steven Bergwin von Eindhoven, Leute. Sehr schön. Also, drei Spieler haben wir jetzt insgesamt in diesem Pack. Das heißt, ein Retro-Star-Spieler ist schon mal safe. Ja, Wolski. Auch wenn jetzt... Und ein Meisterspieler. Guerrero 91. Zwei Meisterspieler jetzt hier. Und jetzt kommt noch ein Retro-Star-Spieler. Jetzt kommt noch ein Retro-Star-Spieler. Und es ist Gironimo Rulli 98. Und ich denke mal, Rulli werde ich einsetzen für die SBC hier wieder. Weil dann kriege ich hier nochmal 500 Punkte. Weil Rulli brauche ich halt nicht. Leute, ich brauche Rulli nicht. Ich brauche Rulli nicht. Ich habe Courtois hinten drin. Courtois, den ich schon mal einmal trainiert habe für den Rang. Ja, Leute. Und für diejenigen, die sich für Versus-Angriff interessieren. Ich denke mal, ich werde am Ende wenigstens noch ein Spielchen machen. Aber wir haben heute so viele Punkte am Start. Das ist einfach geil, Leute. Es macht so Laune, hier diese Packs zu öffnen. Gerade, wenn man so viele Punkte jetzt am Start hat. Danke für... Danke dafür. Danke, danke, danke. Danke. So, let's go. La Liga-Rivalen. Nächster Retro-Star. Nicht-Drester Retro-Star. Cedric Bakambu. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch einen bekomme. Und einen Javi Garcia 88. Einen Retro-Star-Spieler würde ich gerne noch heute in der Folge nehmen, Leute. Dann haben wir zwei Retro-Star-Spieler heute gezogen. Zwei Retro-Star-Spieler. Wäre geil. Einer ist schon okay. Aber ein Rulli, den ich halt nicht so wirklich gebrauchen kann. Deswegen würde ich gerne noch einen zweiten nehmen, Leute. Ich würde noch gerne einen zweiten nehmen. Wie viele Retro-Star-Spieler hattet ihr gezogen bei diesen 10 Punkten? Die uns EA quasi geschenkt hat, in Anführungsstrichen. Weil wir mussten ja dafür über das Angriff spielen. Und in diesem Pack ist leider... Leute, wetten wir? Ich ziehe nur Rischayen. Oh, doch nicht. Zwei 80er-Kältespiele. Das war mal das schlechteste Pack aller Zeiten. Team of the Year bewahre ich mir noch auf. Ich mache erstmal weiter mit Karnebal. Und da könnte ich einen Torres kriegen. Da könnte ich einen Augustin kriegen. Einen Petro. Also es sind geile Retro-Star-Spieler dabei, sage ich mal. Alleine schon Fernando Torres. Den ich ja abnormal feiere. Weil seine Zeit bei Liverpool, Leute, war einfach die geilste Zeit. Ist einfach so. Und dann noch ein Eder-Ballant da. Und ich kann mich noch ganz genau an dieses Event erinnern, Leute. Weil das war so ein Event, wo ich quasi fast täglich gestreamt hatte. Und da werden wir auch wieder hinkommen, Leute. Ich werde wieder täglich streamen. FIFA Mobile. Und auch ab und zu FIFA auf der Konsole. Es geht ja bald los mit der Konsolen-Variante. Ich glaube, ich habe sie ab Dienstag. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann wird es da auch Ultimate Team Pack Openings geben, Leute. Weil ich habe mega Lust, da Ultimate Team zu spielen. Die neue Liga Season, sage ich mal. Division Rivals oder wie das Ganze da heißt. Mit der Weekend League wieder durchzusuchten. Aber Leute, keine Sorge. FIFA Mobile wird es trotzdem noch weiterhin geben, Leute. FIFA Mobile jeden Tag um 20 Uhr so. Die normalen FIFA Videos sind halt so als Extra Video gedacht. Und als Extra Streams oder wie auch immer, Leute. FIFA Mobile bleibt trotzdem immer noch auf meinem Kanal. Keine Sorge, Leute. Ich denke mal, das habt ihr jetzt verstanden. Habe ich ja jedes Mal gesagt. Und wir ziehen hier einen Vallejo. Okay. 87er Vallejo. Und einen 88er Eder Ballanta zum zweiten Mal. Okay, okay, okay. Ende einer Ära. Da gibt es auch nochmal richtig geile Spieler. Wie beispielsweise einen Pölo, einen Kaká. Und das waren die zwei Retro-Star-Spieler. Also da würde ich mich überhaupt nicht beschweren. Wenn wir jetzt einen Retro-Star-Spieler bekommen. Kriegen wir aber leider nicht. Kim Kelström und einen Ignacevic, 86. Schade, 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 schade. Wir haben noch zwei Möglichkeiten, noch einen weiteren Retro-Star-Spieler zu bekommen. Hier wäre ein Tolisso auch richtig geil, muss ich sagen. Ein 98er Tolisso. Ja, würde ich gerne mitnehmen, Leute. Würde ich gerne mitnehmen. Und wir kriegen aber leider keinen. Thiago Motta, 84. Und einen Davy Selke. Jawohl. Davy Selke ist wieder am Start hier. Leute, Davy Selke. Boom. Geil. Also den hatte ich ja auch damals schon hier. Den Davy Selke. Hatte den aber jetzt ersetzt. Und ich habe ja jetzt auch Ronaldo R9-Icon vorne drin. Und es gibt eigentlich fast gar keinen besseren Stürmer als Ronaldo. Als ja, den dicken Ronaldo vorne drin zu haben. Ist einfach so, Leute. Aber Davy Selke, geiler Spieler, dass ich den jetzt hier nochmal ziehe. Und das Team of the Year Pack gibt es jetzt hier nochmal zum Abschluss quasi. Danach werden wir noch, denke ich mal, ein Versus-Angriffspiel machen. Soll ich das verlieren? Machen wir vielleicht noch ein zweites. Ähm, genau. Wow. Modric, De Gea, Kane, Dani Alves. Würde ich alle gerne nehmen. Außer De Gea. De Gea nicht so. Am liebsten natürlich Modric. Dani Alves eigentlich auch nicht so wirklich, weil ich habe einen Kimmich jetzt hinten rechts. Egal, Leute. Muss ja nicht heißen, dass wir auf jeden Fall einen ziehen. Schauen wir einfach mal rein hier. Ins Team of the Year Pack. Ins Retro Team of the Year Pack. Und wir kriegen keinen, wir kriegen einen 86er Arjen Robben. Und wir kriegen einen Meisterspieler. Jawohl, wir ziehen einen Team of the Year, Leute. Wir ziehen einen Team of the Year. Einen 90er Marcello. Das ist richtig nice. Also da kann man sich definitiv nicht besperren, weil wenn wir mal hier reingucken. Es gibt viele Elite-Spieler, die man hätte ziehen können. Und ich kriege sogar noch einen seltenen, Leute. Ich kriege einen seltenen Team of the Year Spieler. Und mal gucken, wie viel der so bringt, der Marcello. Für hinten links. Weil hinten links habe ich ja Roberto Carlos. Und Roberto Carlos ist so noch die geilere Variante von Marcelo. Obwohl Marcelo auch richtig heftig und geil ist. Und als ob... Ich wollte schon sagen, als ob der 30 Millionen bringt. 2 Millionen, Leute. 2 Millionen Münzen. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Sogar mehr als 2 Millionen. 2 Neuen wird hier geboten. Hier wird zwar nur 2 geboten. Aber 2 Millionen? Jawohl. Geil. Geil, geil, geil. Und des Weiteren habe ich ja immer noch 2 Mal Pjanic auf meiner Transferliste oder in meinem Verein. Das heißt, ich habe locker über 10 Millionen Münzen. Und das freut mich riesig, Leute. Und ich gehe jetzt hier noch rein in ein Versus-Angriffsspiel. Bad Herde ist am Start hier. Let's go. Retro Stars. Und wollen wir mal mit einem Davy Selke spielen, Leute. Zur Feier des Tages spiele ich mir heute Davy Selke. Weil gestern hat die Hertha gewonnen. 4 zu 2. Und mir gefällt aktuell sowas von gut, wie die Hertha spielt. Offen sie fußbar. Hinten stehen sie gut. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Muss man einfach sagen, Leute. Müssen auch die Nicht-Hertha-Fans eingestehen. Ist einfach so, Leute. Rio Ferdinand packe ich dafür noch hinten in die IV. So, dass wir jetzt hier wieder 87 haben. Dann spiele ich jetzt einfach mal mit einem Davy Selke. Das Retro Stars Event. Die Frage ist bloß, wie lange geht das noch so weiter? Die gute Phase der Berliner, sage ich mal. Muss ja nicht heißen, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Klar, wir können auch noch absteigen. Klar, weiß ich auch, Leute. Aber den Moment muss man einfach mal genießen, Leute. Den Moment muss man einfach mal genießen. Schön, ein paar Spiele gewonnen zu haben. Ist einfach so. Und wenn wir jetzt gegen Bremen gewinnen, folgen am Freitag die Bayern, Leute. Und ich muss mir ja gezwingenderweise hier noch den dritten Sportplayer quasi holen. Ich werde ihn jetzt nicht namentlich nennen. Aber ihr wisst ja, was man jetzt hier alles braucht für die Bundesliga. Und freitags gibt es halt nur einen Anbieter. Und ja, diese Partie muss ich mir reinziehen, Leute. Bayern gegen Hertha in Berlin. Also Hertha gegen Bayern. Das wird einfach ein geiles Spiel. Und ich hoffe, wir werden da nicht komplett untergehen. Weil letztes Jahr haben wir ja die Bayern auch ein bisschen geärgert. Wir haben einen Unentschieden rausgeholt gegen die Bayern. Und es sieht hier alles danach aus, als würde ich dieses Spiel hier verliehen. Als er 2 zu 0 führt, der Gegner schon, ey. Was denn hier los, ey? Was denn hier los, Mann? 1 zu 2 Paolo Dybala. Let's go, Mann. Komm, Selke. Selke kann nicht den Rainbow. Das stört mich ein bisschen. Aber macht jetzt hier das 2 zu 3. Also noch nicht aufgeben, Leute. Gerade in FIFA Mobile, wenn man da 2, 3, 4, 0 sogar hinten liegt, kann man es trotzdem noch ganz, ganz schnell drehen. Und ich hoffe, wir schaffen es hier heute gemeinsam. 3 zu 4. Aber wenn ich das schon wieder sehe, der Gegner hat wieder eine tolle Chance. Alleingang hat aber Ballverlust. Das ist gut für uns. Aber wir haben auch einen Nicht-Ballverlust. Kimmich. Kimmich überragend. Joshua Kimmich. Da hat er mal gezeigt, was er da vorne drauf hat. Und Lewandowski mit dem 4 zu 5. Kommt die Baller. Nein. Elfmeter. Jawohl, Elfmeter. Rotzfrech in die Mitte. Rotzfrech in die Mitte. 5 zu 5. 5 zu 6. Was ein Hin und Her hier. Kommt die Baller. 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 6 zu 6. 6 zu 7. Mach ihn. Lupf ihn rein. Und gib mir noch eine Chance. Gib mir noch eine Chance. Ihr. Gib mir noch eine Chance. Gib mir doch noch eine Chance. Und ich könnte sogar hier verloren haben. Entweder 7 zu 7 unentschieden oder 7 zu 8 Niederlage. Und es ist gekommen, so wie es kommen muss, Leute. 7 zu 8. Ich habe verloren. Und ich habe gesagt, Leute. Mit einer Niederlage werde ich jetzt hier nicht aufhören. Ich werde noch ein Spiel machen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier mit Davy Selke und Co. gewinnen kann. Let's go. Mann, ein Unentschieden wäre geil gewesen. Weil vor allem hat der Gegner jetzt schon ganz schnell zu Beginn der Partie geführt. Und dann habe ich noch ein Unentschieden rausgeholt. Der Gegner spielt auch mit Davy Selke. Geil. E-not. 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 Keine Liga. Okay. So. Komm. Ich hoffe, das muss ich gewinnen, Leute. Das erste habe ich verloren. Das zweite muss ich einfach gewinnen. Da führt gar kein Weg vorbei Davy Selke. 1 zu 0. Und Dybala 2 zu 0. Jetzt führe ich hier zu Beginn ganz schnell mit zwei Toren Vorsprung. So wie ihr es der erste Gegner gemacht habt, macht ich es jetzt Davy Selke 3 zu 0. 3 zu 1 Selke. Selke, 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 Selke. Leute, und ich hoffe, dass es Player of the Month Karten gibt. Nicht nur, also vielleicht gibt es, also in FIFA Mobile gibt es die ja auch. Aber ich meine zur Bundesliga. Letztes Jahr gab es die zur Premier League. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr Bundesliga und Premier League gibt. Weil dann könnte eventuell sogar, wenn Duda so weitermacht, Leute, hat Duda echt richtig gute Karten, da eine Spieler des Monats Karte zu bekommen. Und ihr wisst, Leute, ich werde diese Karte denn spielen. Definitiv. Ich werde alles dran setzen, diese Karte zu bekommen. Also, die Frage ist halt, wann FIFA 19 Mobile rauskommt. Wann, ob das noch in FIFA 19 Mobile reinkommt oder in FIFA 18. Aber, ja, ne. So, komm, 6 zu 2 Davy Selke und das müsste eigentlich hier der Sieg sein. Und Leute, freut euch auf jeden Fall morgen. Da habe ich auch schon einen Plan, was ich auf jeden Fall dort in der 20 Uhr Folge machen werde. Zudem gibt es um 17 Uhr ja ein kleines, ja, Video zu FIFA 19 Mobile. Könnt ihr euch auch drauf freuen, Leute. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, weil dieses Spiel haben wir ja safe gewonnen. Mit 8 zu viel Zeit ist jetzt auch abgelaufen, Leute. Lasst ein neues Hinterlaster, lasst ein Abo da. Hier sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Raus, hau, drei. Und, tschüss. Bis zum nächsten Mal.